Einen schönen guten Tag. Das Format Grundl's Gründe, diesmal mit was für einem Thema? Richtig, Toleranz. Am 16. November ist der Welt-Toleranz-Tag der UNESCO. Und es geht um die Prinzipien der Toleranz für ein menschenwürdiges Zusammenleben. Das nehmen wir uns als Idee, um hinter die Prinzipien zu schauen, die uns helfen, ein erfülltes und erfolgreiches Leben zu führen. Herzlich willkommen zu Grundl's Gründe. Ja, es geht heute um Toleranz, also um einen Wert. Und es geht darum, wie wir Werte leben und in welcher Art und Weise wir clever und klug mit Werten umgehen. Weil wir hören die Wertediskussion. Und wir hören natürlich, es geht um Respekt, es geht um Toleranz, es geht um Vielfältigkeit, es geht um Integrität. Wir haben so viele Werte, die wir, ja, eigentlich im Grunde genommen können wir nur scheitern. Weil das sind so viele und die richtig hinzubekommen, das ist ja ein Wahnsinn. Also wir wollen ein bisschen die Machbarkeit reinbringen im Umgang mit Werten, was wirklich nicht alltäglich ist. Wollen wir mal ein bisschen reingucken, wie können wir auf diesen Wert Toleranz, um den geht es heute wegen dem Welt-Toleranz-Tag, blicken. Und wie können wir clever damit umgehen für uns selbst im Alltag. Also wir nehmen einen Wert, Toleranz. Und jetzt gibt es vier Unterscheidungen, wie Menschen im Umgang mit Werten in der Realität umgehen. Schauen wir uns die mal an. Also, es gibt vier unterschiedliche Formen. Die erste Form ist die, die nehmen und die nehmen. Das heißt also, die wollen Toleranz erfahren, Toleranz erfahren. Die Zweiten, die wollen Toleranz erfahren, nehmen, sind dann bereit, wenn sie es erfahren haben, es auch zu geben, also in die Welt wieder zurückzugeben. Dann gibt es diejenigen, die geben Toleranz und sind dann bereit, das auch zu nehmen. Die gehen also in Vorleistung. Und dann gibt es diejenigen, die geben und geben und geben und geben. Also ich denke, die Unterscheidung ist klar. Nehmen, 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 dann geben, dann geben, dann nehmen und geben und geben. So, wie können wir die einigermaßen zusammenfassen? Das hier, das sind die Tyrannen. Die schreien immer und wollen haben, 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 selber nicht liefern. Das hier, die immer geben und geben, im Grunde genommen sind das die Sklaven, auf die wird draufgetreten. Da müssen wir aufpassen. Also dazwischen müssen wir auf jeden Fall den Korridor finden. Dann gibt es die, die zuerst nehmen, also erst haben wollen und sagen, okay, dann gebe ich. Und dann gibt es die, die geben, aber dann auch sagen, dann will ich nehmen. Das sind die sogenannten Tauscher, also Tyrannen und dann haben wir die Tauscher. Und wenn wir das mal so aufgucken, die Unterscheidung, dann ist klar, am cleversten ist die Liga hier. Diejenige, die wirklich bereit ist, in Vorleistung zu gehen, sich aber nicht verarschen lassen. Also die bereit sind, mit Respekt zum Beispiel in Vorleistung zu gehen, aber ihn dann auch einfordern. Die zum Beispiel Toleranz vorleben, aber dann diese Toleranz auch haben wollen. Weil, wenn sie dann ins Geben, Geben abrutschen, dann werden sie merken, dann fordert ihr Umfeld dauernd, dass sie Liefer machen, machen, sind aber gar nicht bereit, ihnen das zurückzugeben. Müssen wir überlegen. Also das wäre die Aufgabe für die nächste Woche. Schauen Sie doch mal, wann Sie, weil wir kennen alle vier, in welchen Bereiten sind und wo Sie clever in dieses Geben, Nehmen gehen. Ja, dass es schön in die Balance geht, also in Voraus geben, geben und dann auch sagen, jetzt möchte ich aber auch erfahren. Und wo geben wir uns dauernd weg und kriegen eigentlich nichts zurück? Oder wo sind wir nur diejenigen, die annehmen? Das ist eine wunderbare Unterscheidung im Umgang mit Werten. Und ich hoffe, es war was für Sie dabei, hat Sie inspiriert. Wäre schön, wenn Sie es liken, teilen, mit anderen darüber reden, uns Kommentare schicken, vielleicht Ideen für Unterscheidungen auch mit auf den Weg geben. Bis nächste Woche, viel Spaß beim Umsetzen, werden Sie der oder die Beste, die Sie sein können. Alles, alles Gute, danke. Vielen Dank.